Da hinten ist die Knutsch. Die Knutsch da hinten. Die rote Ringelsocke. So, das ist das Highlight. Jetzt ganz nah am Flughafen dran. Das kommt nicht jeden Tag vor, dass man sowas genehmigt kriegt jetzt hier. Und der fliegt jetzt hier fast. Nordwest ist gerade keine Landung. Deswegen dürfen wir jetzt hier auch ganz nah ran. Und jetzt schwenkt er rum hier über den Cargobereich hier unten schon fast. Es ist einfach nur fantastisch. Das ist jetzt das Highlight des Tages. Besser hätte es gar nicht kommen dürfen. Und der geht noch hier über das Flughaufen Gelände drüber. Ja, ich werde bald wahnsinnig. Das Square hier unten. Terminal 1, Terminal 2. Ganz nah am Flughafen. Und jetzt gehen wir nach rechts. Hier unten eine Queen. Hier unten der Cargobereich ganz unten. Die Startbahn West ist gerade ein Start. Da haben wir eine, die ist gelandet. Das ist jetzt wirklich hier das Highlight heute. Leute, ich werde wahnsinnig. Da vorne eine Point 747. Die wird in den Cargobereich geschleppt. Blaue Ringel Socke. Da unten steht der A380 von der Singapur. Einer von den zwei A380, die noch nach Frankfurt kommen. Und jetzt sind wir hier genau über Terminals. Weitwinkel. Leute, es ist einfach Wahnsinn, so was zu erleben jetzt hier im Flughafen. So dicht zusammen. Panther schreibt gerade hinter uns, fliegt die FedEx. Mal sehen, ob ich den Pfeil sehe. Und auf der A3 da unten wie immer Stau. Da drüben haben wir jetzt eine Landbahn. Auf der Südbahn. Auf der Südbahn. Gelandet ist er. Und jetzt geht es in Richtung Stadtmitte. Also das war jetzt das Highlight des heutigen Tages. Hätte ich nie mitgerechnet, dass wir heute zum Flughafen kommen hier. Ich bin hellauf begeistert.